Musik So, wir sind in Ullmbach. Das Gute ist, bei uns im Vertrag steht, dass wir immer umsonst hier bei den Veranstaltungen, wenn wir so, äh, wie heißt das einfach? Ballwagen. Ballwurfwagen. Also, das Gute ist, bei uns im Vertrag steht, dass wir immer bei diesen Ballwurfwagen oder bei diesen Schießständen immer umsonst spielen dürfen. Hier ist eine Gruppe von Mädels und ich werde jetzt von Ihnen mal was für die Gewinne haben, äh, gefragt, wir haben Kerzen verteilt und, ja. Wir haben es wirklich umsonst bekommen. Und einen Ball habe ich noch. Ja, ich wollte euch mal meine neue Frisur zeigen. Heute Mittag war ich beim Friseur und habe gesagt, mach das. Und dann hat er das gemacht und ich bin... Alles klar! Wir haben es Patton. Wir sehen uns gleich auf der Bühne. La-la-la. Na-la-la. He-hei. Na-la-la. Na-la-la. Da-la-la-la. Militärer. AbzLove. So geht's dem Leberndrom. All please! Ja, ich Sun... Beim von hockey will nicht los. Also habe ich noch einen Versuch, oder? Der ist ja wieder zurückgekommen. Oh, das kann ich doch keinem Kind geben. Ich kann ja nicht allen jetzt was schenken. Ach, ihr wollt gar nichts? Ich habe doch jetzt für euch gespielt. Die Kinder, die jetzt draußen stehen, einmal bitte hier was nehmen. Okay? Ich habe eine Blocke. Okay, seid ihr bereit? Wir werden feiern Countdown. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier. Komm, wir singen zusammen. Feuerwehrfest in Ulmbach. Das ist irgendwie die Feuerwehrfest in Ulmbach. Oder die Feuerwehrfest in Ulmbach. Nee, das finde ich jetzt nicht so. Es ist eher die Feuerwehrfest in Ulmbach. Also ich war mal auf einem Feuerwehrfest in Ulmbach. Und das war fast so wie hier das Feuerwehrfest in Ulmbach. Nee, also das Feuerwehrfest in Ulmbach, auf dem ich mal war, das war eher so wie das Feuerwehrfest in Ulmbach, auf dem ich mal war. Also warst du da, wo ich war? Nee, ich war ja auf dem Feuerwehrfest in Ulmbach. Ja, aber ich war auf dem Feuerwehrfest in Ulmbach. Ja, aber ich war doch auf dem Feuerwehrfest in Ulmbach. Ach so, du meinst das Feuerwehrfest in Ulmbach. Ja, es ist hin für die ganze Zeit. Ja, blonde Frauen. Weiber, ey, das ist schlimm, ganz schlimm. Standard auf der Leitung. In Ulmbach. In Ulmbach, in Ulmbach, in Ulmbach, in Ulmbach. Ulmbach. Ja, es ist hin für die ganze Zeit. Ich bin nicht in der Rolle. Bilder des heutigen Abends findet ihr auf www.aoh-band.de. Hier unten seht ihr's und natürlich auch auf Facebook. Verlinken, teilen, was weiß ich, Facebook-Sachen, was man auch immer da macht. Tschüssi! Und wenn's euch gefallen hat, einmal hier bitte abonnieren.